Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim! Eh nütz! Der Titel klingt langsam echt albern Auch wenn ich mir ausgesucht habe Aber trotzdem klingt er albern So Nehmen wir mal wieder meinen Bogen Ich liebe meinen Bogen Oh, hier ist es scheinbar heiß Hier wird es scheinbar immer heiß Das liegt nur daran, dass ich hier bin Oh, ist das komisch hier mit den Maschinen Da ist ne Schmiede Au! Dumme! Dumme! Binde! Gewöhnliche Segenstellen Ach, lass mir mal die Zahnräder, Zahnräder sein Oh, Entschuldigung Guck mal da hinten ist auch noch eine Höh 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 Kritische Schlagung Oh, getroffen Was haben wir denn hier? Eine Schmiede! Cool Äh Nein, ich wollte sie schon benutzen Ich wollte nur gucken, wie ich was machen kann Laden, Leder, Schmuck und sonstiges Oh Oh, ein großer Topf, eine Kinderbox Nein, kann ich nichts machen Ich hab... Ah Das gehört alles zur Schmiede Ich bräuchte eigentlich einen Schmelzofen Warte mal Das ist das Zahnrad Das Zahnrad Nehmen wir die jedes Mal ein oder auf Und das ist so schwer? Oh Stopp, stopp, stopp Ich würde sagen Äh Ein bisschen Vorsicht Sein Oh Das ging doch etwas weiter, als ich gedacht habe Das ist natürlich doof Aber egal Jetzt kann uns zumindest da nichts mehr passieren Hoffe ich mal Hoffe ich mal Hoffe ich mal Hoffe ich mal Boah, was ist hier alles an Ges... Prito Was ist hier alles rumliegen haben Und ich hab schon wieder die Caps lobt Hallo? Ne, jetzt müsste sie auszahlen Hallo? Wieso geh ich denn wieder so langsam? Ich hab doch... Hm Gewöhnlicher Stein Wieso geh ich denn wieder so langsam? Boah Boah Was ist denn das für ein Scheiß Ja Dass ich hier so langsam laufe Boah tut mir leid aber Das muss geändert werden Äh... Äh... Steuerung Anzeige Nein Gameplay Äh... Bin ich... Doof? Wieso will ich mit Xbox Controller spielen? Ich möchte nicht mit Xbox Controller spielen Ah... Sprinten... Schrei... Springen... Ja... Ja... Schleichen... Left Control Shift Es ist springen... Schleichen ist das... Ja... Es ist ein Rennen... Ok... Ah... Du trägst zu viel Oh... Mein... Gott... Ich bin... Idiotisch... So... Äh... Ne... Feldschild Ne... 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 Ist auch immer nur so klein... Sind auch so klein... Ist auch immer nur so wenig... Ist auch nur so wenig... Ist auch nur so wenig... Gar nichts... Ok... Ähm... Was lässt sich denn... Fallen... Drachen schuppen... Nein... Ah... Ein Gusei ist in einen Topf... Ja... Da bin ich schon mal was leid... Korallenklaue... Nein... Lexikon... Ah... Das ist der... Lexikon... Für den Hitzahn... Massives Metall... So... Lassen wir mal das alles hier... Eine... Tür öffnen... Direkt beim ersten Versuch... Boah... Ich möchte hier alles mitnehmen... Aber ich kann nicht... Die... Und... Hallo... Hallo... Nein... Nein... immerhin so Schaden 22 10 allein 5 Bits Schaden und Halbzeit für man sich schaden ich würde gerne, geht aber nicht Adopt Ah Mist aber dann weiß ich jetzt erstmal die Richtung Recht Nein, ich kann nicht Ich kann es nicht mitnehmen Äh, vorher speichern wir mal Machen wir mal den da Tür öffnen Da ist ein Würfel Da ist so ein komischer Arbeiter Okay Okay Ähm Das wäre irgendwie Wie Komisch Ach Da ist jemand böse auf mich Der schießt mich ab Zwerge Ah nein Nutztanräder Guck mal Ah Das ist ja vielleicht Fies Quacksilber Cool, das Metall ist zu schwer Hier geht es nicht weiter Hier geht es aber nach Truhen Kann man das eigentlich irgendwie hören? Frag ich mich? Ich wüsste es nämlich nicht Manu Okay Okay, weiter in die andere Richtung Das gibt es doch nicht Wieso bin ich so? Scheiße Scheiße Das ist doch nur Adept Geht doch So Uh Steigert Ausdauer Hoho Oh Ich hätte mich vielleicht mit ein bisschen mehr Dietrichen ausrüsten sollen Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen Nein Das ist keine Truhe Gut Oh, ich kann hier schlafen Ich kann mich hier hinsetzen Das sind Und einen Zaubertrank der starken Heilung habe ich bekommen Erstmal speichern Erstmal speichern So Das klingt irgendwie als wenn jemand schlafen würde Das klingt irgendwie als wenn jemand schlafen würde ich hab's angefangen und kommen gerade nicht weiter nein aber deshalb überall hinzugucken ob es hier irgendwas gibt Probleme bereitet Kreise es gibt so viel ganzes Zeug Hebel Stuhl hier muss ich jetzt weiter ich kann ja mal gucken wenn ich erstmal speichere ob ich die Tür öffnen kann der Klick hat was das klingt nicht so schön ja gut 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 andere Seite gut andere Seite und mein Schwert und dann geht das alles von alleine ja massiven Metall nehme ich mir nicht was es Janis an Metall gibt und ich kann nichts mehr mitnehmen es gibt noch eine Truhe ein gewöhnlicher Seelenstein kann ich nur mitnehmen nein kann ich nicht aber es ist auch eine schwere Rüstung deshalb egal ähm muss ich halt Objekte wieder wegwerfen wie wärs mit äh äh r r r r r r r r und ich würde sagen wir speichern hier auch nochmal und sagen dann bis zum nächsten Mal haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal